Ja, das ist dann mal die Vorbereitung der Demo Bündnis gegen rechts in Bremen, damit ihr mal so einen kleinen Eindruck habt. Ja, moin. Ich bin heute hier in Bremen gegen rechts in der Demo. Ich mach hier mal so einen kleinen Schränker. So viel sind noch gar nicht da. Ich schätze mal. Ja, mit Schätzen ist so eine Sache. Also hier umzuhe ich jetzt einmal hier umzuhe. Ja, also ich schätze mal bis jetzt ungefähr so ungefähr 400 Leute. 400 Hörer. Aber wie gesagt, die Demo hat ja auch noch nicht angefangen. Schauen wir mal, was kommt. Die Auflagen werden vorgelesen. Und ja, ich würde sagen, roundabout 10 bis 15 Minuten fangen wir dann richtig an. So. Viel Spaß. Wirkte los. Wirkte los. Oh nie. Wirskες. Machen. Untertitelung des ZDF, 2020 Die 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 ZDF, 2020